Und nun ein kleiner Rundgang in einem DBUZA 747.4. Und dieser Wagen wird heute von einer 112, 174 gezogen bzw. geschoben. Wie man sieht, alle Wagen, also die hier in dem gesamten Verband angeschlossen sind, sind alle teils mit neuen Sitzbezügen bezogen. Da dieser Wagen bereits modernisiert wurde, hat der Stadt den Griffen einen Knopf. Und der letzte Wagen. naja dann eben nicht manche dieser türen haben sicherlich auch paar störungen aber das ist meine erste egal und hier leider endet der rundgang falls ich es vergessen habe gehe ich jetzt noch mal durchs unterdeck weil ich habe ja glaub ich mit dem oberdeck angefangen das war gerade meine uhr aber genau hier müsste ein mülleimer sein sonst würde das schild ja nicht stehen so und das war es auch mit diesem schönen rundgang ich hoffe er hat euch gefallen wenn ihr vorschläge oder wünsche habt durch welchen zug ich wieder einen rundgang machen soll dann sagt mir schreibt es mir in die kommentare oder schreibt einfach eine pn und ich sag hiermit ciao und bis zum nächsten mal euer debahn etwas freak 100